... Dieter Ferner. Freistoß, Stiletta. Yassine Mohamed, neun Minuten vor dem Ende in Neunkirchen, schafft die Entscheidung. Der Endstand, 4 zu 1. Es ist der sechste Sieg in Serie und zum ersten Mal vier Tore in einem Heimspiel. Vielleicht sollte man ja häufiger ins Waagbiesenthal ausweichen. Das wäre doch ganz fast, zumindest eine Überlegung.